Stolz! Was? Ich will nur um so mich verspielen! Es lebt! Es lebt! Ich will nicht, dass es lebt! Wenn es lebt, dann muss meine Masse weiter warten! Ich will nicht warten, bis wir jetzt auf dem Weg in mir liegen! Positiv denken! Einfach Positiv denken! Gleich geht's los, gell! Der Hörknopf als in der Kopf ist! So, so, jetzt mach ich nicht mehr für mich! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich hab's mir gespringen! Ja! Ich sag's nicht noch einmal! Aufhände! Ich hab's mir gespringen! Scheiße! Musst man ihn erst mal angewarten? Starte das verdammte Spiel! Ich will dich warten, bis wir jetzt auf dem Weg in Berlin! Ich hab ihn umgebracht! Du sagst! Mann, Lachele! Ich will nur die Taten entspielen! Spielen! Der Brüder der Pille! Starte das verdammte Spiel! Es geht! Es geht! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Ich will nur Ruhe und Sohn, ich wirst fliegen! Achtung! Was? Positiv technisch! Einfach positiv technisch! Was ist das denn?! Oh mein Gott, was ist geschehen?! Du Ruhe und Sohn, ich werd dich umbringen! Ich will nicht das! Oh mein Gott, was ist geschehen?! Was ist das denn? Was ist das denn? Der Haken noch versinkt! Ah, du Ruhe Gott! Ich hab ihn umgebracht! Okay, ich werd euch fertig machen! Los! Starte das verdammte Spiel! Wenn es wird! Wenn es wird! Musst meine Naturale angeboten! Ich sag's nicht noch einmal! Wir werden uns vermeiden lassen! Ich verwelze das! Gib mir das verdannt! L!? Ich hab' eine Ker CSISEL padaier! Was das venir auf! Was der? Er isượt! Bisschen! Was die Morphin des Vrata in der Net people? Bisschen! Was das das? Schlick, wenn es Schlick ist, dann muss meine Maschule angematen! Los, los, trink da, trink deine Geschweize, Scheinze! Wann machen wir? Ich muss meine Maschule angematen! Ich schieße mich! Starte das verdammte Spiel! Fucking Biero Bonio! Well, Mr. Slick. It seems you are late again. Care to explain why? Ich weiß nicht, dass es läht! Wenn es läht, dann muss meine Maschule angematen! Yeah. Well, Harald. I'm sorry to say this, but I'm going to have to let you go. Ist der Anruhe, ist der Spiegel? Ja! No, I mean you are being fired. And by sorry, I mean fucking black. Ich schweiß dich, 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 schweiß dich! Well, not only have you been late for the 23rd time, but you have been caught vandalizing work equipment and supplies, violently attacking other workers, and shouting endless profanity. And also, when I was checking your computer I noticed that there is a lot of pony porn downloaded onto it. Mr. Slick, last I checked no one used that computer but you. Never mind that. You are fired. Get out. You're fired. You're fired. No, man. Go back. Fire. Fire! Fire! Fire!